Ein Kung-Fu-Meister ist darauf vorbereitet, hart zu trainieren, schnell zu handeln, mutig zu sein und vor allem auf alles gefasst zu sein. Perfekt. Wirklich? Von wegen. Gleich nochmal. Im März 2016 erwartet ihn seine bislang größte Herausforderung. Wer bist du? Ich bin Li Shen. Ich bin auf der Suche nach meinem Sohn. Du hast deinen Sohn verloren? Ja. Schon vor sehr vielen Jahren. Ich hab meinen Vater verloren. Das tut mir sehr leid. Danke dir. Also dann, ich wünsch dir viel Glück. Ich dir auch. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Und ich hoffe, du findest deinen Vater. Ich weiß nicht. Ich schaff, du kennst Franz und christlich. Tschüss.